So langsam wird es ja kühl in Deutschland. Die Heizkosten sind ja unheimlich teuer und wir haben das auch mitbekommen mit der Ofenheizung hier mit Keramik. Wir haben uns einen Untersetzer gekauft für 1,50 Euro und hier ein Töpfchen Nummer 2,80 Euro, also keine 5 Euro. Als kleine Erhöhung haben wir hier so Geldstücke genommen. Man kann auch alles andere nehmen. Wenn man die nicht nimmt, dann kriegt es zu wenig Sauerstoff und dann gehen die die Teelichtchen aus. Es funktioniert auch mit ein oder zwei Teelichtchen ganz gut. Wir haben festgestellt, mit vier macht es so einen Raum wie hier mit so ungefähr 12 Quadratmetern, 13 Quadratmetern schön warm. Ich mache die jetzt mal kurz an. Jetzt sind sie an. Drauf damit. Jetzt sieht man hier an der Kante, dass es Sauerstoff ziehen kann. Das wird, jetzt ist es noch kalt, das wird richtig richtig heiß, dass man die Hände nicht dran halten kann. Das ist so die einfachste Ofenheizung, Teelichtheizung, die man sich vorstellen kann.